Moin Leute und herzlich willkommen bei Wumme Koi. Der nächste Stopp ist die Dainichi Koi Farm. Viel Spaß! Wumme Koi Farm Wumme Koi Farm Wumme Koi Farm Ja Leute, der absolute Hammer. Wäre schön, wenn ihr auch noch gesund werdet. Mich hat es richtig umgehauen. Ich habe richtig zu kämpfen. Aber für euch gucke ich natürlich vorbei. Und schaue mir das Ganze an. Und ich denke, bevor ich Zeit mit Quatschen verschwende, zeige ich euch lieber nochmal ein paar richtig schöne Teufel. Wumme Koi Farm 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 Ja, Leute, das war der Blog bei Danichi. Einfach mal kurz angehalten und in die Halle gegangen. Vom Nisai bis zum Superjumbo ist alles dabei. Vereindruckende Becken, beeindruckende Qualität und vor allen Dingen beeindruckende Größe. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann!